Schönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Lars Algamissen und Ronald Mathiel. Wir als PICTURE stehen für das Thema Prozesse und der Valhalla Fachverlag für das Thema Rechtsgrundlagen und juristische Kommentierungen. Und richtig spannend wird es, wenn man diese beiden Themen miteinander verknüpft, indem wir nämlich Prozessinformationen zusammen mit den nötigen Rechtsgrundlagen verfügbar machen. Die Kernidee ist dabei, dass in PICTURE GmbH ein Zusatzmodul integriert wird, in dem alle juristischen Rechtsnormen für die Verwaltung, für die tägliche Arbeit vorhanden sind und integriert werden können. Und mit dieser Integration wird es möglich, ein verwaltungsweites, prozessorientiertes Business Management aufzubauen, was durch alle aktuellen Rechtsgrundlagen ergänzt wird und so einen ganz entscheidenden Baustein zur Verwaltungsmodernisierung darstellt. Und der Zusatzeffekt ist im Sinne der Rechtsnormen, der Kommentierungen und der Rechtsgrundlagen, dass alle Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung über das System den Zugang zu allen notwendigen Informationen haben und dann, wenn sie notwendig sind, darauf zugreifen können. Und dadurch unglaublich Verwaltungsaufwand für die lose Blattergänzungen und Online-Dienste gespart werden kann. Und wenn Sie einmal sehen wollen, wie das Ganze sich anfühlt und wie es ausschaut, dann schauen Sie hier unten an den Link und dort können Sie dann weitere Informationen erhalten. Wir freuen uns auf Sie!